16. august 2022 wieder mal viel zu trocken es wird jedes jahr extremer gelitterung staubtrocken extrem schwül 27 grad um halb elf kurz ist die sonne weg da gibt es viel zu gießen füllen wir lieber das regenfassern dann schreibt mir mal eine kommentare wie es bei euch auch schon im garten so heuer ist es ja wirklich von auswärts pflanzen versorgen geht kein schönes jahr eingegossen die riesen feige wahrscheinlich braun turkey die sind schon schön eingeschrumpelt putlea davidi hält es aus dafür sind die trauben und so eine weiße und die sultanina ganz druck da haben wir die humildes griechend große grüne hinlotte popola wie ergegenzungen ja sag du mir ja regen wir brauchen regen wir brauchen noch ein bisschen jetzt kommt die sonne wieder wohnert ein apfel herbst kommt immer früher viel zu früh kommt der fröhliche spätfrost so ja 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 Vielen Dank.